ja jetzt fahre ich hier schon seit gut 800 km den neuen reifen im pirelli scorpion trail 2 und bis jetzt macht er eine gute figur ja so was soll ich sagen maschine hat jetzt auch was hat sie weg beim gucken hier hat jetzt 8353 km gelaufen und ja muss jetzt auch zum service ist jetzt genau ein jahr alt im mai letzten jahres hatte ich sie gekauft jetzt haben wir wieder im mai ein jahr ist vergangen service steht auch schon an hier allerdings ist es bei bmw so man muss jetzt nicht genau nach zwölf monaten spätestens erscheinen sondern es reicht wenn man dann im nächsten jahr erscheint also ich hätte jetzt auch zeit theoretisch bis oktober november dezember dorthin zu fahren vorausgesetzt ich erreiche nicht vorher die 10.000 km aber ich werde es jetzt machen lassen jetzt mein ein zwei wochen muss ich mal gucken wann ich wann ich einen termin bekomme und dann habe ich es hinter mir dann hat sie so ich schätze mal 9000 km drauf dann kann man auch den 10.000er service ganz gut machen lohnt es sich und ja innerhalb eines jahres war ich dann auch da beziehungsweise wie gesagt bei bmw die sagen offiziell kann man auch je nachdem ein paar monate überziehen das ist nicht schlimm hauptsache man kommt dann halt im nächsten jahr ist es auch kein beinbruch für die garantie nach 300 metern halten sie sich links richtung hochsauerland straße dann biegen sie links ab ja und reifen bis jetzt ein bisschen gemischte gefühle es soll ja angeblich der reifen sein für die gs der pirelli scorpion trail 2 halten sie sich links dann biegen sie links ab und deswegen hatte ich jetzt auch erst mal nach diesen reifen gewechselt links abrichtung immer die ansagen die gehen auf den sack wie die links ab eigentlich hatte ich ja vor gehabt den nach 200 metern folgen die konti trail attack 3 drauf ziehen zu lassen das ist ja glaube ich ja der ist jetzt noch mal eine ecke besser wie der pirelli scorpion trail 2 zumindest nach testergebnis von motorrad.de und anderen fachzeitschriften hat da wohl den pirelli scorpion trail 2 eingeholt bzw überholt ist der top reifen für die gs wenn man so im foren nachfragt oder auch im bekanntenkreis die empfehlen weiterhin den pirelli scorpion trail 2 wie gesagt ist der reifen schon seit jahren ist auch teilweise ja ist auch schon ein bisschen in die jahre gekommen muss man mal so sagen aber er funktioniert immer noch sehr gut und hat glaube ich platz 3 belegt oder platz 2 sogar also ist auf jeden fall mit einer spitze und übertrifft den michelin anarchy adventure den ich vorher drauf habe auf jeden fall in sachen agilität ja das fahrzeug geht einfacher in der kurve und vor allem die abholgeräusche sind enorm ja weniger geworden ja gerade so im bereich 70 80 90 kmh bis 100 kmh auf der landstraße hat man noch so ein leichtes dröhnen aus dem tunnel hier vorne wahrgenommen und das ist jetzt verschwunden mit diesem reifen klar hängt natürlich auch vom profil ab aber der michelin anarchy adventure ist kein schlechter reifen gewesen also ich war echt erstaunt mit dem profil er macht ja so ein bisschen ein auf adventure reifen auf stollen reifen aber ist für die straße wirklich sehr gut geeignet auch für zügiges tempo hatte ich da keine probleme er ist den spurröhlen nicht gefolgt bitumen streifen haben ihn nichts ausgemacht auf der autobahn mit koffer 220 spur stabil geradeaus ohne koffer sowieso also das war wirklich ein guter reifen ja er war halt nur nicht so agil wie dieser reifen musste man so ein bisschen mehr drücken sage ich jetzt mal in den kurven der ist hier ein bisschen nervöser dieser perelli scorpion schwelle 2 er ist auch nervöser wie der metzler tourens next ist auch ein sehr guter reifen aber auch mittlerweile ganz schön in die jahre gekommen und wie gesagt bei reifen ja ich probiere auch immer gerne mal was neues aus und wie gesagt also hätte ich jetzt diesen perelli schon gehabt würde ich hier nicht noch mal drauf ziehen lassen also der kommt mir auch hier nicht noch mal drauf das nächste wird sein der conti trelle tech 3 und dann mal schauen was es dann so in den nächsten jahren an neuen reifen gibt ja anfang profil war hier wo ich ihn gekauft hatte vorne in der mitte waren sechs millimeter am rand sind es einer flanke sind fünf millimeter gewesen vorne und hinten hat er in der mitte neun millimeter und an den flanken acht millimeter ich habe das extra von makumak nachmessen lassen mit seinem geilen profil tiefenmesser ja das dazu also wie gesagt der reifen ist wirklich kein verkehrter reifen mit dem reifen kann man nichts falsch machen er ist er hat doch einen sportlichen touch lässt sich sehr gut händeln die gs also für die landstraße sage ich mal wirklich top geeignet leichte schotter passagen auch und wenn es dann natürlich feucht wird auf matschigen terön ist er natürlich nichts aber da war der michelin anarchy adventure war da auch nichts obwohl er danach aussah mit seinem leichten streuen profil hatte man damit jetzt keine vorteile ja man hatte eher so ein bisschen nachteile auf der straße aber auch nur geringfügig muss man wirklich sagen und da fahrt aber einen großen pluspunkt der michelin anarchy adventure ist der regenreifen schlechthin ja der top ergebnisse ist sogar noch besser in dieser disziplin wie der conti trail attack 3 und natürlich auch besser wie der pirelli scorpion trail 2 metzla tour ins next und michelin road 5 trail steckt da alle in die tasche in der nesse performance also wer viel im regen unterwegs ist ist wirklich der reifen für regen michelin ist ja sowieso immer bekannt gute reifen für regen herzustellen ja den trail michelin road 5 trail den hatte ich auf der v-strom war auch ein sehr guter reifen der v-strom rider ist total happy mit dem reifen er hätte ich glaube ich jetzt schon zum zweiten mal drauf ziehen lassen und das hatte ich auch gemerkt dadurch hat man quasi ein fast neues fahrzeug oder ein anderes fahrzeug die v-strom habe ich das erste mal damit auf fußraste bekommen und überhaupt gar keinen ja keine angstzustände dabei gehabt das ging wie von selbst auch ein sehr schöner reifen gewesen für flotte kurvenfahrten spurlinien treu gewesen ist halt alles so eine sache was man möchte was man gewohnt ist was man möchte wo man fahren möchte welches fahrprofil man hat man hat pauschal kann man jetzt nicht sagen das ist der reifen den und kein anderer aber so für meine fahrten hier hauptsächlich auf asphaltierten landstraßen vielleicht mal einen kleinen schotterweg entlang ok ist aber dann eher die ausnahme dafür sind diese ja ich sag jetzt mal sport touring reifen noch bestens geeignet hier müssen wir schon rein sag dornheim ja jetzt bin ich mal gespannt wie lange der reifen hält der michelin energy adventure der hat jetzt wie gesagt 8000 kilometer gehalten oder ne wann hatte ich den gewechseln lassen 7800 da hatte er gehabt vorne noch lasst mich lügen also an den flanken war er eigentlich so gut wie blank ja da war er auf jeden fall auf mindest profil tiefe zumindest kurz davor dass das 1,9 millimeter gewesen sein also der vorderreifen hatte einen enorm hohen verschleiß in der mitte war er eigentlich noch top da hat er er noch über zwei millimeter gehabt fast drei millimeter zweieinhalb millimeter so ich habe jetzt nicht mehr genau die zahlen im kopf allerdings die flanken die waren die waren schon wirklich runter ich hätte vielleicht noch 500 kilometer damit fahren können aber muss ja auch ein bisschen gucken in der zeit jetzt hier dass man termine bekommt und wenn man dann ein bekommt dann sollte man auch zuschlagen nicht dass der reifenhändler sagt ja die nächsten vier wochen habe ich keinen termin und dann muss man aber wechseln und kann ich und möchte fahren deswegen bei 7800 kilometer ist der satz runter gefahren runter geflogen wie gesagt vorne mit grenzwertigen profil an den flanken in der mitte noch gut hinten ebenso gut auch an den flanken noch okay ja mit dem hinterreifen hätte ich vielleicht noch 1000 kilometer geschafft ja also wie gesagt unterm strich kann man sagen so 8500 kilometer mit dem vorderreifen wenn man es wirklich ausreizen möchte bis zum mindest profil grenze bis zum gesetzlich erlaubten und hinten hätte vielleicht so 1500 kilometer geschafft vielleicht auch sogar noch 2000 finde ich jetzt nicht schlecht muss man mal so sagen aber wie gesagt ich wollte mal was anderes haben und vor allen dingen mal den reifen für die gs testen und fahren einfach mal selber spüren und mir eine meinung bilden zu können alle schwören ja auf diesen pirelli die gs fahren zumindest viele ich habe manchmal den eindruck die mehrheit ist es mal schauen wie lange dieser reifen jetzt halten wird wenn er auch so seine 19.000 kilometer hält ist okay manche berichten auch so ein bisschen über sägezahn bildung vorne an den flanken wenn man in eine kurve zu stark rein bremst und das mache ich auch ab und zu mal oder auch mal öfters das ist vielleicht auch der grund gewesen weshalb mein michelin an den flanken relativ blank war bei dieser laufleistung das hätte er vielleicht auch noch mal 1000 kilometer länger gehalten müssen wir mal schauen ich bin auch mal gespannt auf eine autobahn vollgasfahrt wie stabil er ist ob die maschine da irgendwie ab einer gewissen geschwindigkeit anfängt zu flattern vor allem auch mit koffer wie gesagt da war der michelin war top aber da fuhr man wie auf schien ungefähr so wie mit dem ridstone betlex den ich auf hv strom hatte als serienbereifung aber der war bei nes einfach miss ich bin auf jeden fall gespannt vielleicht habt ihr ja schon erfahrungen sammeln können bestimmt und dann würde ich euch bitten das ganz gerne mal unten in die kommentare zu schreiben welchen reifen ihr auf der 1200er oder 1250er gs fahrt oder welche reifen ihr überhaupt schon durch habt auf der gs welcher war für euch der beste was für ein fahrstil habt ihr was für ein fahrprofil habt ihr das würde mich echt interessiert ich meine ich bin jetzt erstmal bis nächstes jahr auf jeden fall versorgt ich denke mal der reifen wird auch wieder ein gutes jahr halten bei meiner kilometer laufleistung von rund 8000 im jahr jetzt vielleicht wird es auch ein bisschen mehr werden jetzt durch österreich bin ich auch mal gespannt wie der reifen sich da dort schlagen wird oder ob ich ihn danach wegschmeißen kann oder ob er halt nur dann dadurch bis zum saisonende hält oder nächstes jahr bis zum saisonanfang muss ich mal schauen als nächstes wie gesagt kommt dann der conti trail attack 3 drauf den road 5 trail den kenne ich schon von auf 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 strom der hatte so ein bisschen die eigenschaft auf bitumen streifen so ein bisschen zu rutschen zwar kontrolliert aber ja es hat mir insgesamt dann doch nicht so ein bisschen so gefallen wenn der reifen in der kurve auf dem bitumen streifen so ein bisschen sich versetzt ist das immer ein ungutes gefühl wie gesagt kontrollierbar wenn man es weiß ist okay aber muss man jetzt nicht unbedingt da ab wenn man weiß es gibt andere reifen die das besser händeln warum dann nicht mal wechseln und überhaupt einfach mal was neues probieren wenn ich manchmal höre dass da leute seit zehn jahren immer denselben reifen kaufen für ihr motorrad ist okay kann man machen wenn man zufrieden ist wenn man dann vor allen dingen auch weiß wie der reifen funktioniert wie sehr man sich auf ihn verlassen kann in gewissen situationen ist das natürlich auch vorteilhaft aber ich denke man sollte auch mal was neues probieren einfach mal um über den tellerrand schauen zu können und die aktuellen neuen reifen die sind sowieso alle nicht schlecht es gibt keine schlechten reifen in dem sinne mehr außer vielleicht welche vom gridstone zumindest für regen naja bin ich mal gespannt ich kann jetzt ja noch mal kurz ein bild vom reifen einblenden aber ich denke mal das ist alles spielerei ihr kennt alle den reifen wie er aussieht und wie gesagt die profiltiefe müsst ihr mir jetzt mal glauben ich weiß jetzt nicht ob es da noch eine herstellerangabe gibt naja aber er ist doch irgendwie so ein bisschen leichtfüßiger gerade so auf schmalen landstraßen mit engen kurven da geht die gs so einfach ja schon fast automatisch rum braucht man kaum drücken fällt quasi in eine kurve lässt sich gleich korrigieren für den ein oder andere mag das ein bisschen zu nervös sein das dingen aber nach 400 metern ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht bis jetzt jo da würde ich sagen war es das jetzt auch schon wieder für dieses video kurzes statement zum neuen reifen den ich jetzt rund 800 kilometer drauf habe mein erster eindruck sozusagen vom eingefahrenen reifen mittlerweile soll er eingefahren sein nach 800 km und dann wollen wir mal schauen was er so in österreich zu bieten hat ja meine lieben in diesem sinne bleibt heiter bleibt munter und vor allen dingen gesund und oben in diesem sinne tschüss com dud zum ab wenn sie linke abrichtung k Bis zum nächsten Mal.